Nach Informationen des französischen Radiosenders RMC wird Thierry Henry neuer Cheftrainer von Girondin de Bordeaux. Offiziell bestätigt wurde die Verpflichtung durch den französischen Erstligisten noch nicht. Henry gehörte zuletzt als Assistenztrainer zum Stab der belgischen Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft den dritten Platz erreichte. Begonnen hatte der Weltmeister von 1998 seine Trainerlaufbahn in der Jugendabteilung des FC Arsenal London. Bordeaux setzte am vergangenen Freitag Gustavo Poet vor die Tür. Als Nachfolger des Uruguayers war Medienberichten zufolge auch der deutsche Jürgen Klinsmann im Gespräch.